Was seid ihr denn? Let's go! Ich bin böse. Das hat Spaß gemacht. So, wir müssen doch hier rein. Hier unten ist auch schon gar nicht. Okay. Das war schön. Okay, ich soll hier rein. Machen wir das einfach mal. Tauchen. Tauchen bitte. Dankeschön. Da ist die Kiste. Dann haben wir auch diese Hülle schon abgeschlossen. Natürlich bist du schlechter. Warum auch nicht? Runter hier jetzt. Dankeschön. Oh boy. Das war schön. So, dann haben wir auch die Hülle gleich mal mitgenommen. Das war... eng. Ah ja. So. Ich habe tatsächlich hinten noch was. Gehen wir doch erstmal da hin, bevor wir jetzt irgendwo hingehen. Und wenn wir schon mal in der Nähe sind, dann können wir auch schon mal dahinter fliegen. Ja, wie gesagt, ich möchte die letzten fünf Minuten... Machen Sie Schmerzen? Machen Sie Schmerzen. Wollte eine Brille nehmen. Äh, wir werden es in den letzten Minuten halt ein bisschen für Erkund noch mal nehmen. Und ja. Und dann die Tage wieder mit der Hauptstory weitermachen. So. Zum Beispiel, hier ist eine Merlins-Quest. Kann das sein? Nein. Eine Prüfung Merlins? Eins. Reveillon. ich sehe das 1 4 2 da muss ich einmal wahrscheinlich kaputt machen okay aber nur richtig vielleicht kann ich auf den turm da hoch wer weiß vielleicht komme ich auf den zweifellos schon lange verlassen das hast du nicht erkannt da oben ist das letzte da kommen wir leider nicht bis ganz hin nein zum glück ich kann jetzt wieder überspringen ich möchte das nicht mehr sehen ich nach 50 man die gleichen animation sehe wie das hier hochkommen will ich das aber nicht mehr sehen das wäre schön gewesen über springblatten gebe aber naja wo haben wir uns in greif gerufen egal cool was haben wir denn hier hier schönes gefunden dass man braucht sicht auf alle gegner sollten vielleicht habe ich weiter oben in der burg mehr glück vielleicht aber es scheint einige zu sein du ich glaube es ist doch irrelevante es tut doch einfach weh wenn ich sachen kaputt mache wenn ich ehrlich bin aber naja nein ich habe nicht gerade aber da habe ich was ich hier kaputt gemacht das wäre ärgerlich ich hoffe nicht wo sogar eins mehr das ist schön aber ich würde es nicht anziehen hier mehr ist auch cool ja ist auch cool nur wenn man diesen platz machen weil es ist so nervig ich werde mal mehr platz im inventar haben das wäre schön so man hat schon mal dabei sind wir mal schnell talent ich glaube wir haben steine und dunkle künste das war blutfluch das ist schockfluch das ist entwaffnungsfluch und das ist rückstoß blutfluch ab uhr ihr wisst worauf ich jetzt gehe ich hoffe ihr wisst das hat sich gelohnt da packt und was rum schon wieder heute ist echt so baggy baggy alles eine leiter die brauche ich eine leiter ist schön nach hier hat auch keiner weiter mitbekommen das ist cool magst du zurückkommen bitte was soll ich mich da hinten falsch noch mal ist eine kiste bevor ich lieber sehe dann ist noch eine kiste schon mal zurücklaufen genau der ist groß dahinten macht es nur auf der anderen seite totalen portalen ich glaube ich sollte hier nicht sein ich glaube nicht dass ich hier sein sollte das ist der ort auf der karte ich sollte hier doch so besiegelkobolte machen ja auch ganz entspannt also wir rennen jetzt hier nicht durch oder so da unten soll ich rein nein noch nicht ich muss erst das camp fertig machen dann kann ich schon rein hier sollte ich mich lieber nicht erwischen lassen meinst du das ok wenn du das meinten da komme ich nicht hin ok wie komme ich jetzt weiter hoch denn da schreibt ihnen einen kobold den großen kann auch nicht leider sagen so ich gehe jetzt einfach schnell mal da hin und dann mach ich das oh gott shit ich wollte ja nicht raus aufs packt war schon wieder rein wie vor allem neues bohren den armbus polzen oder was und entwerfen dagegen oder so dass ich hier nie eingesperrt war ja wie komme ich jetzt ach so die leiter hier ne stimmt da war ja was nein da war keiner das war laut ok jetzt kann ich auch wenn die dinge holen da haben wir dings warum liegt denn das jetzt raus wie frech wie soll ich denn da hinten rankommen wenn das da liegt vielleicht von der seite möglich erscheint zu mehr als erst von der seite ich denke nicht dass das radio mediosa so funktioniert ich kann es probieren aber ich denke nicht dass das so funktioniert ich glaube so weit ist ja genau das genau deswegen da werde ich nur von der seite hinten hochkommen können da oben ist nämlich annehmen schon wieder zwei in die neu gespawnt oder ich glaube sie sind neu gespawnt wenn ich mir sicher bin ich ehrlich bin die sind einfach nur da oben ok nevermind die sind aber einfach neu gespawnt ok ich muss eh hier hoch das geht natürlich auch das cool haben wir denn die anderen da hinten drin kontrolle 3 sehr schön so haben wir noch irgendwas hier nene haben auch hier abgeschlossen aber wir haben hinten aber noch ein toll die ich ganz gerne besiegen würde wollen nicht der beste ort so ganz ohne begleitung auch noch mal getroffen auch noch mal getroffen in senden auch gottes meichen auch hinten Das ist gut, ne? das war das denn okay es war so ein zwischenboss ich hätte schon viel früher theoretisch machen können aber jetzt angefangen so ein traurig wirkender ort meinst du was wieso komme ich noch nicht wo muss irgendwo hinterziehen oder so hierhin da habe ich jetzt hier hoch danke so wird da und schuhe draus bitte nicht wieder runterfallen nicht wieder backen bitte soll es kann ja nicht runtergehen ist aber das hier abgeschossen wir wissen doch was du sagen möchtest auch schade ich habe versucht darüber zu springen würde aber mal unter den kerker gehen allöchen erst mal strecken habe ich wieder was denn schon wieder so spät was finden wir wohl hier drin das ist eine sehr gute frage und eine frage die mich doch interessiert ist und bin ich ja hier du verstehst ich habe bock auf feinde ich verstehe das langsam den richtigen riecher langsam verstehe ich den zauber das ist gut komme ich denn hier hin hallo ich hänge irgendwo fest warte mal wo ist denn schon wieder ah nice eine kiste wo wir denn meine es tut mir leid aber ich mag da hinten ist ganz viel dünn cool megatank sind immer gut denn diese kiste wie komme ich da hin aber gehen nicht so meinst du und tschüss und tschüss das ist verdammt das ist verdammt guck mal auf der angst bamm bamm ahja eng eine kesseltür wie geht sie auf hallo na du guck mal es macht spaß ich habe da drin noch nicht alles erkundet warte mal so vielleicht komme ich da rüber soll ich mal rüber bitte danke ähm wo haben wir denn da meine truhe da meine truhe cool also mega power tränke ja heiltränke finden wir doch sehr viel gefällt mir aber ich will da rüber hier ist nichts mehr da kann man nicht mehr so gebrauchen so ich muss noch mal rüber bevor ich jetzt hier weiter gehe ich glaube hier vor und erkundet drüben nichts komme ich hier hoch ja nein schade ich komme doch nicht hoch ich muss noch mal ganz kurz rüber bevor ich jetzt hier weiter laufe ist doch langweilig warte mal hallo danke nun gehen wir dann hier durch und da durch und tralali tralalo wo haben wir denn ich bin zu schnell nach vorne gelaufen ich wollte dich hier auch erkunden ob hier noch was ist ist ja langweilig wenn ich jetzt die ganze zeit vor pressure hier zum beispiel kann ich hier durch ja natürlich komme ich hier durch ja bla bla ich muss das probieren ah ok das ist oh fuck so jetzt aber danke ojee ojee Tür geht auf sorry ojee oh das wird viel schneller es tut mir leid hoffentlich er будто schmerzen ich glaube das schmerzen nichts negatives irgendwie oh ich glaube ihr kommt ob dieringsrücken hoches Richtung achu rufe bure COD Ideally so so nervig cool ich leider nicht und das ist ein bisschen schade wenn ich ehrlich bin weil ich gesagt ja ist okay zerstören zerstören es ist so doof man verteidigen wird keiner das kann man kaputt machen das behalten wir noch und das war kaputt hallo ich drücke also das habe ich an aber meint scheiß auf die verteidigung will kein mensch und wir machen mal kaputt hier müssen wir gleich noch mal ändern müssen wir definitiv aussehen ja sieht ja schrecklich aus okay f und bitte keine maske danke sieht erschrecklich aus das ist so nervig so hat sich ja gelohnt würde ich sagen so jetzt können wir wieder zuerst kommen jetzt gerne da lang gehen das erkundet und das erkundet sind zufrieden jetzt gehen wir hier lang ich bin gespannt doch am ende für mich was für mich am ende für den boss erwartet am ende kämpfe gegen im vater wenn ich so cool ja ich kann mich hier doch hier lang schleichen aber das ist zu langweilig